Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ule Ule beim Tele-Stammtisch. Zur Besprechung von Next Go Wins, der neue Film von Taika Waititi. Ich bin Stu, auch bekannt als die unverständliche Abseitsregel auf zwei Beinen und werde heute liebenswürdigerweise unterstützt von zwei ganz tollen Personen. Auf der einen Seite in Personalunion, der Torwart der Herzen, der Verteidiger des guten Geschmacks, der Mittelfeldspieler der Herzlichkeit und der Stürmer des Glücks, der Kenny. Hallo Kenny. Einen sowas von traumhaft, wunderschönen guten Abend, liefer Stu. Kompliziert werden wir heute von der Trainerin der Güte, der Schiedsrichterin der Harmonie, der menschgewordenen Fankurve der Glückseligkeit, der Frau, deren Herz so groß ist wie ein Stadion. Und der Schlogger, hallo. Mein Herz macht eine La-Ola-Welle für euch beiden. Ja, das war's mit den Liebenswürdigkeiten. Die hab ich mal aufgeschrieben. Jetzt wird's ernst. Wir reden über Next Go Wins, wie gesagt, der neue Taika Waititi-Film. Die erste große Kinostart des Jahres 2024. Yay. Wir konnten den Film schon sehen. Und Schlogger, kannst du uns eben kurz erklären, worum geht's denn in den Film überhaupt? Na klar. Es geht um die Fußballmannschaft von American Samoa. Das ist nicht zu verwechseln mit Samoa. Eine kleine Inselgruppe im Pazifik. Die schlechteste Fußballgruppe ist, die es in der gesamten FIFA gibt. Sie stehen schon eine Weile ganz unten, seitdem sie vor allem im Jahr 2001 mit 0 zu 31 verloren haben. Ich weiß nicht mehr gegen wen. Ist aber, wie man jetzt schon raushört, eine wahre Geschichte. Und es geht darum, wie diese Fußballmannschaft unterstützt wird von einem amerikanischen Trainer namens, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Thomas Rongen, gespielt von Michael Fassbender. Eine Frage. Es ist ja so, dass das auf einer wahren Begebenheit beruht. Und es gab bereits 2014 eine Dokumentation unter dem gleichen Titel, wie es der Spielfilm. Habt ihr diese Dokumentation gesehen? Leider nein. Möchtest aber noch gerne gucken. Nein, ich auch nicht. Tja, zum Glück habt ihr mich, denn ich habe diese Dokumentation schon vor einiger Zeit gesehen. Also schon, was ist, schon fünf, sechs Jahre her. Und ich bin normalerweise kein Fan des Fußballsports. Fand diese Dokumentation aber eigentlich ganz, ganz ansehnlich und war auch gespannt jetzt auf diesen Film, der abgedreht worden ist im Januar 2020. Und zwar vor Tor 4. Und Tor 4 ist jetzt aber natürlich, wir wissen es alle, schon vorher rausgekommen. Und Next Score Wins von Taika Waititi hat wirklich sehr lange gebraucht, bis sie jetzt endlich erscheint. Der wurde ein paar Mal verschoben. Grund dieser Verschiebung war unter anderem auch, weil Armie Hammer mitgespielt hat und dann ersetzt werden musste, aus den bekannten Gründen. Wenn ihr nicht wisst, was da vorgefallen ist, googelt es. Oh, ha. Und jetzt, ja, und jetzt ist der Film endlich fertig und Schlogger erwähnt es Michael Fassbender in der Hauptrolle. Schlogger, du und Fußball, erzähl. Ist das eine tiefe Freundschaft? Ist das eine tiefe Feindschaft? Oder ist es mehr so ein Schulterzucken? Ich bin ein Schönwetterfußballfan, das heißt, ich habe natürlich seit der, wie alle wahrscheinlich, Schönwetterfußballfans WM 2006 total angefixt, voll dabei. Bei den WMs noch manchmal, jetzt ist es abgesunken, ich wusste nicht mal, dass am Samstag ein Länderspiel ist. Und manchmal schaue ich drauf, wo mein Heimatverein SC gerade der Tabelle steht, beziehungsweise da ich ja eine zugezogene Hamburgerin bin, darf ich mich manchmal auch für St. Pöly freuen. Und St. Pöly freuen, aber vielmehr ist da auch nicht in meinem Fußballherzen. Ich mag Fußball so, ich habe jetzt nichts dagegen, aber ich bin nicht so ein krasser Typ, der jetzt die ganze Zeit die Spiele verfolgt, ständig ins Stadion rennt oder so. Ich freue mich, oder ich habe mich früher gerne mal auf EM und WM gefreut, das hat sich aber auch stark geändert seit der letzten. Von daher, ich bin nicht ein übelst riesengroßer Fan, aber es ist okay. Und du, es du? Es könnte mir nichts egaler sein als Fußball. Ich, wirklich, es ist mir vollkommen egal, es ist mir vollkommen egal, ob eine EM, WM oder was auch immer ist. Es ist einfach nicht meine Sache, ich finde es, ich finde es einfach grundsolide langweilig, das kann ich so sagen. Ich werde niemanden anklagen, der das gut findet, aber meins ist es nicht. Dementsprechend bin ich natürlich der beste Kandidat, um über Next Score Wins zu reden, auf den ich mich, wie ich schon sagte, gefreut habe. Denn die Geschichte an sich ist ja wirklich interessant. Oder etwa nicht, Kenny? Absolut. Also ich, ich, ich habe da vorher überhaupt nichts dazu gewusst, dass das gut ist. Ich habe die Doku nicht gesehen. Es heißt, ich bin also vollkommen in die Geschichte rein, ohne irgendwelche Spoiler, ohne irgendwelche Vorinformationen, um dann zu sehen, ey, das ist ja krass. Und ich hatte erst zwischendurch auch Angst, dass da Elemente in dem Film drin sind, die so zweckmäßig eingebaut wurden. Aber nein, das ist alles so in Wirklichkeit passiert. Und das ist mega interessant. Das geht wirklich deep. Es geht wirklich deep, ja. Ja, ich kann sogar noch eins drauflegen. Ich, wie immer, ich gucke mir ja gar nichts vorher an. Ich habe bei dem Film nur gesehen, dass Michael Fassbender mitspielt und dass es um Fußball geht. Und war dann, als der Film losging, positiv überrascht, dass es ein Taika-Wai-Titi-Film ist. Also ich hatte wirklich da hingegen in die Richtung gar keine Erwartung. Ich fand Thor echt nicht geil, aber ich mag ihn eigentlich total gerne, natürlich seit What We Do in the Shadows. Und deswegen war ich da positiv überrascht und hatte dementsprechend auch keine zu hohen Erwartungen. Bei mir ist es halt bei Taika-Wai-Titi so, ich mag seine frühen Sachen. Also sein Spielfilm-Debüt Eagle vs. Shock ist großartig. In Deutschland ist er auch bekannt unter dem Titel Liebe auf Neuseeländisch. What We Do in the Shadows ist toll. Auch die Serie, daraus entstanden, ist super. Ich hatte meine Probleme mit Joe the Rabbit, sehr stark sogar. Den fand ich sehr misslungen. War jetzt aber, wie gesagt, sehr auf diesen Film gespannt, weil ich dachte, das klingt nach was, was Taika-Wai-Titi wirklich gut stemmen kann. Und der Mann hat ja auch mittlerweile einen gewissen Ruf. Er ist ja quasi der Star in seinen eigenen Filmen, auch wenn er nicht darin vorkommt. Und dementsprechend fand ich es dann fast schon ein bisschen passend, dass der Film auch mit ihm anfängt. Nämlich als Fahrer. Er hat eine ganz kleine Rolle, also man darf jetzt nicht erwarten, dass er da wirklich groß viel Screentime hat. Was ich aber ganz interessant fand, war einfach, der Film fängt mit ihm an und er erzählt uns die Geschichte. Und ich dachte mir, das ist mal irgendwie ein ganz cleverer Move, weil er als Regisseur erzählt uns die Geschichte und er ist gleichzeitig auch der, zumindest zu Beginn, der Erzähler des Films. Das fand ich charmant, das fand ich clever. Gegen Ende kommt dann nochmal diese, ja, diese Mechanik des Erzählens nochmal auf. Ich muss aber auch sagen, so charmant und nett und clever ich den Beginn fand, desto, ja, relativ stagnierend und standardisiert fand ich dann den beides gegen den Rest des Films. Also es ist kein übler Film, es ist ein ganz sympathischer Film, ganz charmanter Film. Aber ob ich mir jetzt zum achten Mal die Cool Runnings angucke oder Next Goal Wins, würde für mich jetzt keinen signifikanten Unterschied machen. Ja genau, also die Cool Runnings, der Vergleich, der liegt natürlich sehr nahe. Das fand ich auch, da musste ich auch ganz viel dran denken. Aber trotzdem, ich fand, er hat seine eigenen Sympathien mitgebracht und vor allem ist spannend, dass ich American Samoa halt überhaupt null kannte. Und mich der Aspekt gefreut hat, dass ich so ein ganz kleines bisschen in diese mir völlig fremde Kultur eingeführt werde. Tatsächlich habe ich ja übelst Bock, mal auf solche Inselstaaten zu reisen. Wobei er, glaube ich, gar nicht auf Samoa gedreht wurde, sondern, glaube ich, auf Hawaii, oder? Kann das sein? Auf Useldorf. Auf Useldorf, ja genau, da sieht es ja auch so aus. Ja, genau. Ja, da wird auch immer der Hacker getanzt vom Fußball. Tatsächlich, ich finde den Vergleich zu Cool Runnings ganz gut. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass er sich eigentlich ganz gut neben Cool Runnings einordnet, genauso wie auch Eddie the Eagle oder auch, wenn man es gesehen hat, Ted Lasso. Ich finde, der Film hat sein Herz am rechten Fleck wie die anderen auch. Das ist so eine positive Geschichte über ein Sportereignis, was ein bisschen komödiantisch erzählt wird. Und das ist eigentlich ganz toll. Ted Lasso ist ein interessanter Vergleich, weil da würde ich, da komme ich jetzt auch zu meiner Kritik. Ich finde, Ted Lasso kriegt es ein bisschen besser hin, was vielleicht leichter ist, weil es keine wahre Geschichte ist. Irgendwie seinen humoristischen und dramatischen Ton zu halten. Und hier bei Next Goal Wins haben wir durch Taika Waititi manchmal einen ganz komischen, realitätsfernen Humor. Also wenn jetzt Michael Fassbender als Trainer irgendwelche Sprüche bringt, die lustig sein sollen, aber ihn als Figur so von der Realität entfremden, dass ich die Figur gar nicht mehr richtig ernst nehmen kann. Das hat mich dann total rausgebracht. Wobei Fassbender dann ja wirklich, der hat ja Szenen, wo er auch zeigen kann, wie gut er schauspielern kann und wie das er menscheln kann oder als diese Rolle. Aber dieser Humor, der hat mich manchmal so rausgerissen, das fand ich ganz weird. Oder wie ging es euch da? Na, ich hatte das Problem, dass ich bei Michael Fassbender mir nicht sicher war, ob der die richtige Person ist für eine Komödie. Ich habe den jetzt in vielen Action-Sachen gesehen oder in dramatischen Sachen und ich weiß nicht, ob es vielleicht einen anderen Schauspieler gegeben hätte, der das besser rübergebracht hätte. Der Armin Hammer. Da muss ich jetzt wirklich wieder an Ted Lasso denken, da ist da auch der eine Co-Trainer, der auch Spieler war, der immer so grumpy ist und sowas. Der ist ja auch mega wütend und grumpy die ganze Zeit und schreit viel rum. Das hätte mega gut gepasst in der Situation. Bei Michael Fassbender, ich bin mir nicht sicher, das ist ein super Schauspieler. Die emotionalen Szenen hat er gut rübergebracht, aber was du richtig gut erkannt hast, diese humorvollen Szenen, wo es eigentlich um den Gag ging, das hat nicht so richtig gut gezündet bei ihm. Ach meinst du, es lag an ihm, ich habe es tatsächlich auf den Humor geschoben, dass der mir einfach zu drüber ist manchmal. Ich glaube, es ist wie bei so einem Comedian, wenn das Timing nicht stimmt. Ich meine allgemein, Comedy ist ja auch ein eigenes Fachgebiet für sich. Da ist er viel mit Timing, viel mit Memik, Gestik und dass die Worte richtig betont werden, das macht viel Unterschied, wenn du darin Erfahrungen hast oder diese halt nicht hast. Hättest du da jetzt einen Eddie Murphy zum Beispiel hingepackt, der hat das sicherlich viel besser gezündet als mit Michael Fassbender. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube auch, ich bin da, ich glaube, auch bei Team Schlogger. Ich finde Michael Fassbender ist ein toller Schauspieler, aber ich würde es nicht ihm ankreiden, dass das nicht funktioniert, von der Komik her. Also Michael Fassbender hat es geschafft, dass ich mit einer Figur mitleide, deren Gesicht ich nicht sehe, nämlich im Film Frank. Und ich glaube, wenn, ich glaube, dass es auch für die Figur essentiell ist, dass du da jemanden hast, der auch ein bisschen ernster ist, weil dieser Thomas Rongen, der heißt ja auch, seinen, ja, emotionalen Pakete mit sich herumschleppt, wie wir dann erfahren. Und ich glaube nicht, dass da ein Eddie Murphy oder, nehmen wir einen, was weiß ich, Zach Galifianakis oder Will Ferrell oder wie sie alle heißen, hätten, glaube ich, nicht da reingepasst. Ich fand die Wahl von Michael Fassbender gut. Ich fand den Film auch nicht so unglaublich komisch. Ich würde es tatsächlich mehr aufs Drehbuch legen oder die Schuldfrage dann dem Drehbuch zu orten. Das Einzige, wo ich sagen muss, das ging gar nicht, war die ersten zehn Minuten des Films, weil, Gott war ich froh, als Michael Fassbender sich den Bart abrasiert hat. Das ist ja furchtbar. Ja, das sollte natürlich zeigen, dass er total leidet und sich nicht um sich kümmert. Und jetzt muss er sich wieder um sich kümmern und rasiert sich den Bart ab. Ja, das war ja die erste Szene, wo er ihm nahegelegt wird, formuliere ich es jetzt mal ganz soft, dass er auf diese Insel muss, indem es mit den fünf Stages von Grief erklärt wird, wo ich auch immer denke, ja, okay, wie oft wollt ihr das jetzt noch nutzen im Film? Und da spielen jetzt ja auch, ich war positiv überrascht, Will Arnett und auch, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Chris Darby zu sehen aus Our Flag Means Death. Daher kenne ich den. Übrigens, kurze Information, Will Arnett war der Ersatzmann für Armie Hammer. Ach da, ich dachte, Armie Hammer hat hier Michael Fassbender gespielt. Nein, nein, Armie Hammer sollte diesen Alex Magnussen spielen, den jetzt Will Arnett gespielt hat. Ah, ja, okay, dann ist Will Arnett. Ich meine, die Rolle ist nicht großartig, er spielt sie halt als Will Arnett. Ich muss jetzt auch nicht sagen, dass ich das jetzt eine großartige Rolle fand. Ich sehe ihn einfach gerne, keine Ahnung, wegen Arrested Development oder dem Lego-Batmans. Arrested Development ist der Shit. Ja, genau. Und hier Riz Darby, den fand ich auch nett, obwohl die Szene selbst, die fand ich gar nicht so toll. Und das ist ja der Anfang auch mit dem Bart, die du meintest, die war mir auch, das war auch nicht aus dem echten Leben. Jetzt nicht, dass eine Komödie immer aus dem echten Leben sein muss, vielleicht hatte ich da komische Ansätze. Ja, aber hat manchmal nicht so ganz gefunst. Wir kennen solche Art von Filmen halt jetzt wirklich zur Genüge. Jetzt sind die Cool Runnings, wir hätten noch Sachen wie Indiana von Cleveland, Coach Carter und wie sie nicht alle heißen. Das sind alles gut funktionierende Sportdramen, Sportkomedies. Next Girl Wins hat halt eben einfach dieses Setting, was ein bisschen außergewöhnlich ist. Aber ansonsten, das finde ich sehr schade, hält der Film sich dann doch sehr stark an die typischen Formalitäten. Aber hin und wieder gibt es so Ausbrüche. Also es gibt zum Beispiel einen Moment, wo ihm klar gesagt wird, pass auf, du bist jetzt unser White Savior. Wo ich dachte, okay, sie verstehen selbst, was sie gerade für einen Film machen, aber sie machen nichts draus. Sie erwähnen das mal ganz kurz und dann läuft der Film dann halt wieder im gammigen Tempo weiter, im gammigen Galopp weiter. Und das fand ich schade, weil ich glaube wirklich, da hätte man was draus machen können. Und so war das für mich so ein netter Film, aber nichts, was sich grundlegend von den anderen Filmen, die ich gerade eben gesandt habe, unterscheidet. Außer halt eben, dass sie jetzt auf amerikanisch Samoa unterwegs sind. Ja doch, zwei Sachen schon. Nämlich eins, was du gesagt hast, du angesprochen hast und eins, was du, Kenny, angesprochen hast. Nämlich einmal die tragische Hintergrundgeschichte, die sich ja so langsam entblättert. Das war interessant erzählt, das hat mich überrascht, habe ich nicht erwartet. Da spielt ja dann Fassbender auch sehr gut, als das dann rauskommt. Und das andere war ja, das meinst du wahrscheinlich, Kenny, diese Trans-Thematik, oder? Also dass wir nicht nur diese krasse Geschichte haben von diesem Fußballverein, der wirklich mit 31 Toren besiegt wurde und dann wirklich dieses Spiel und diesen ganzen Trainer bekommen hat, sondern eben auch, dass wirklich eine Transfrau im Team mitspielt, wo es auch ganz interessant um die Frage geht, wie lang darf diese Transfrau dann bei den Männern noch mitspielen? Das fand ich schon auch total interessant und hatte Angst, wie du, dass das nur für den Film erfunden wurde. Aber nee, war es nicht. Genau den gleichen Gedanken hatte ich nämlich auch. Wurde das jetzt reingepackt, um eine Botschaft zu bringen oder so? Weil ich wusste halt die Vorgeschichte halt nicht, ne? So und dann im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geschämt, dass ich diesen Gedanken überhaupt hatte. Aber, naja, ist ein anderes Thema, aber es ist halt wirklich eine wahre Begebenheit. Denn sie ist halt wirklich die erste Transfrau in der FIFA-Geschichte. Und die setzt sich ja heute noch für das Thema ein. Ich habe auch mir dann anschließend noch sehr viele Dokus angeguckt und Interviews von der Person. Und das war mega interessant, ich fand das mega spannend. Und das wurde in dem Film auch gut eingebracht, tatsächlich. Oder was sagst du es du? Fandest du es war gut eingebracht oder hatte ich das dann? Also ich muss halt sagen, ich kannte halt die Dokumentation. Ja, das stimmt natürlich. Deswegen, ich fand es gut, dass sie es drin gehabt haben. Und ich fand auch, dass sie es relativ wertfrei und neutral behandelt haben. Also dass der jetzt nicht groß gemacht hat, oh, guck mal hier, eine Transfrau. Sondern einfach, nee, das ist halt jetzt Transgender und gut ist. Es gibt halt einmal eine kurze Szene, wo Michael Fassbender das Figur halt damit klarkommen muss. Und dann ist das abgehakt und dann ist gut. Die Sache mit der Tochter, muss ich sagen, das fand ich jetzt nicht so überraschend. Das hatte ich sogar vergessen, wenn ich ehrlich bin. Das ist halt so, ja, das ist Standard. Also so hart es klingt, aber dieser Trainer oder die müssen halt immer irgendwo noch ein Paket mit sich rumschleppen. Das hat mich emotional tatsächlich nicht so berührt. Ich finde, das ist halt alles gefällig erzählt. Und ich hätte mir halt wirklich gewünscht, dass der Film ist dann so erzählt, wie er die letzten 10, 15 Minuten erzählt. Weil da finde ich, da kommt er nochmal so ein bisschen aus sich raus. Wenn er dann das finale Spiel dann nacherzählt. Und da traut er sich, was heißt trauen sich, traut sich was. Aber da ist er mal kreativ. Da benutzt er halt eben diese Form des subjektiven, unzuverlässigen Erzählers. Und das hätte ich mir, glaube ich, mehr gewünscht. Also ich fand es interessant halt eben, wie ich schon sagte, der Film beginnt damit, dass der Kapitän diese Geschichte erzählt. Und ich dachte mir, es hätte doch Potenzial gehabt, das auch weiter zu verfolgen. Aber er lässt es dann einfach liegen und packt es dann am Ende nochmal aus. Und das fand ich sehr schade, weil so habe ich keinen schlimmen und keinen schlechten. Aber wie ich finde, einen Film gesehen, den ich letztlich wahrscheinlich jetzt nach dieser Besprechung wieder komplett vergessen habe. Wenn halt nicht die letzten 10, 15 Minuten wären, die für mich so einiges rausholen. Echt? Die letzte? Da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass es mich total genervt hat, dass ich das Gefühl hatte, okay, wir haben hier so eine kleine Entwicklung, die der Trainer durchmacht. Und am Ende vom Spiel fangen wir wieder von vorne an. Also er ist dann wieder total aufbrausend und muss dann durch diese Tochtergeschichte, als hätte man den ganzen Film weglassen können und eigentlich nur die letzten 10 Minuten zeigen lassen können, die Trainerentwicklung betreffend. Das fand ich doof. Da mochte ich den Trainer gar nicht eigentlich. Also mir geht es wirklich nur um das letzte Spiel, weil, also ich möchte das hier nicht zu viel verraten, aber es ist halt so, dass eine Figur dieses Spiel nicht live miterleben kann. Und es ihr dann nacherzählt wird. Und wir sehen das Spiel dann auch nicht live. Und das meine ich damit. Das fand ich eine super Idee, dass das war kreativ, das war humorvoll, das war verspielt. Und das war eine Chance, wo ich mir dachte, das hätte man öfters machen können. Vielleicht den ganzen Film so durchziehen, der übrigens mit 90 Minuten auch nicht so lange ist. Und das fand ich einfach eine vertane Chance. Das fand ich schade, weil ansonsten ist dieser Film Business as Judel. Ja, da hast du recht. Auch in der Szene war ja auch lustig, wir haben ja so einen Hintergrundgag, der auch gar nicht richtig so auf die Fresse so zoom ran. Guck mal da hin, ist das nicht lustig? Sondern es ist einfach im Hintergrund. Ich musste mehrmals lachen, als es immer im Bild war, während die Geschichte nacherzählt wird. Das hast du recht. Da nehme ich alles zurück. Das war dann kreativer erzählt. Ich habe immer recht, Schlucker. Ich schlucke mir runter, was ich jetzt sagen möchte. Ich verstehe, was du sagen willst, Schlucker. Diese Charakterentwicklung war plötzlich in der Halbzeit passiert. In dieser Halbzeitpause. Und da hat mir das auch gefehlt. Malweise hast du ja so eine langsame Entwicklung. Du merkst, okay, langsam geht er in sich, verbessert er sich oder bessert sich selbst irgendwie in irgendeiner Form. Und du hast das Gefühl, dass erst da in diesem Moment die Charakterentwicklung stattfindet. Und jeder weiß, dass Charakterentwicklungen nicht innerhalb von drei Minuten passieren, sondern dass das immer eine lange Zeit dauert. Ich schaffe es in zwei. Ja, genau. Ja, eigentlich ist es ja über den Filmverlauf passiert, so ein bisschen. Aber dann ist wirklich, als sie dann zu diesem Spiel fahren, für das sie ja trainieren, ist plötzlich, als wäre alles vergessen und er muss nochmal von vorne anfangen. Das ist so ein Bruch halt, ne? Ja. Genau, und das hat sich merkwürdig angefühlt. Das hat sich irgendwie nicht so richtig stimmig angefühlt. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Das hat irgendwie nicht so richtig gepasst. Das war vom Storytelling, Pacing her oder sowas, keine Ahnung. Aber die zweite Halbzeit, die dann so erzählt wurde, was du schon gesagt hast, die war wirklich cool gemacht. Da habe ich sehr gelacht. Die war echt sehr witzig erzählt. Sehr kreativ, wirklich. Habt ihr noch irgendwas, was ihr zu Next Girl Wins loswerden wollt? Dann dürft ihr jetzt sprechen. Der Film hat eine beeindruckende Verfolgungsjagd. Eine Verfolgungsjagd? Ja, ja, das ist eine richtig krasse Verfolgungsjagd, wo eine Polizist den Trainer verfolgt. Das ist spektakulär. Also wirklich, da Bullitt scheißdrech dagegen, ja, das hier ist der Scheiß. Also wer Fußball mag, wer krasse Action-Verfolgungsjagden braucht, ne? Liebe und Transgender-Geschichten und noch vieles andere, hier hat man alles in einem Gesamtpaket. Yay. Liebe Verfolgungsjagd-Fans, das meint der Onkel Kenny ironisch. Die ist wirklich gut, ich fand die super. Die hat mir Spaß gemacht. Ja, weil man auf dieser ganzen Insel nur wie schnell fahren darf? 30 Stundenkilometer oder so? Nicht schnell. Ich glaub, sie rasen da mit 45 durch die Gegend. Ist Wahnsinn, ist halsbrecherisch tatsächlich. Ja, ja. Ja, gut, das sind Kennys wichtige Notizen. Ich hab gar keines. Du, hast du denn wichtige Notizen? Ja, hier steht, Schlöcker, Kenny, fragen wir, ob sie noch was haben. Wenn nicht, dann Fazit. Und das sind meine Notizen, die ich hier noch stehen habe. Wow. Und dementsprechend würde ich sagen, lass uns mal ein Fazit fällen. Und Kenny, da ich dich ja nicht davon abhalten möchte, irgendwelche Verfolgungsjagden zu starten, fang nur mal an. Next Goal Wins hat den Herz am rechten Fleck und erzählt eine wirklich sehr interessante Geschichte des Fußballs, die sich bei Filmen wie Cool Runnings, Eddie the Eagle oder auch der Serie Ted Lasso schön einordnet. Wer das mag, der ist auch hier gut bedient. Muss man dafür ins Kino? Ich glaube nicht. Das ist vielleicht eher was für zu Hause, gemütlich auf der Couch. Trotzdem eine positive Empfehlung für positive Biopic-Sportgeschichten. Ja, also ich finde es auch, ich fand es einen netten Film. Es ist einfach eine sauinteressante Geschichte. Es ist immer interessant, wenn was wirklich wahr passiert ist. Ich fand es spannend, diese fremde Kultur kennenzulernen. Mir war manchmal, hat es ein bisschen entfremdet, eben wie ich schon gesagt hatte, durch den Humor, den Taika Waititi aber eben mit sich bringt. Wer der davon Fan ist und auch eben wahre Geschichten und im Idealfall noch Fußball mag, der sei hier auch sehr gut bedient, reicht zu Hause als Team. Aber ich finde, den kann man sich auch im Kino angucken. Obwohl es natürlich kein Kinofilm ist, aber kann man sich mit Freunden, wir machen uns eine gute Zeit, kann man den im Kino gucken. Und ich mochte die Dokumentation, die ihr übrigens aktuell bei RTL Plus streamen könnt, ein bisschen lieber. Und es ist kein so gutes Zeichen, wenn ich eine Dokumentation unterhaltsamer finde als die fiktionalisierte Spielfilm-Variante. Nichtsdestotrotz ist das jetzt kein furchtbarer Film oder kein schlechter Film. Ich war ein bisschen ernüchtert. Ich glaube, wenn ihr Lust habt auf einen sehr einfachen, verträglichen und durchaus auch unterhaltsamen Film, der gut runtergeht wie ein Glaskalte Milch, dann ist das euer Film. Es gibt sehr viele ähnliche Filme dieser Art. Ich glaube, man kann ihn im Kino gucken, man muss ihn nicht im Kino gucken. Ich bin mir auch sehr sicher, dass er im Frühjahr dann auf Disney Plus aufschlagen wird. Alles in allem, ein Film. Kein guter, kein richtig schlechter. Ein Film. Kann man gucken, muss man nicht. Und damit sind wir hier durch. Ich bedanke mich für das Zuhören. Ich bedanke mich bei Candy und Schlager für ihre Zeit. Denkt dran, Tele-Stamtisch gibt es auch im Jahr 2024 auf der Webseite www.tele-Stamtisch.de und überall, wo es Likes gibt. Ich sage Tschüss, dann sagt der Kenny Tschüss und dann wisst ihr, was kommt. Und Schlaggers 15 Minuten. Also dann, tschüss. Ciao. Ciao. Und, beziehungsweise bevor ich hier Ciao sage, ich darf am Ende immer noch meine Werbung dranhängen. Schlagger ist der Künstlername Johanna Baumann. Ich bin Comiczeichnerin und Autorin. Ihr findet meine Sachen auf Schlagger.de oder kauft es euch einfach direkt im Schlaggershop. Es geht auch gar nicht über Fußball. Oder ihr geht einfach auf Social Media, Instagram, Facebook, Twitter, slash X oder auch Bluesguy. Ich gucke mal, ob das der neue heiße Scheiß wird unter dem Handel TheSchlagger bzw. auf Bluesguy unter Schlagger. Das war's mit dem Werbeblog und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020